Ich bin vergiftet, warum auch immer. Schreck. Okay, okay, okay. Nächster, du machst mir nichts hier. Ja, oder? Oder so. Ist mir auch recht. Kein Schwein. Wo ist ein Zombie? Nein, naja, ne. Wo sind so ein Zombie? Ich komme in dieber Einten. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? ich gehe es dann mal hoch und ich gehe jetzt da mal hoch ich brauche baumaterial ganz kurz wartet stein und dahinten der mit der dacht ganz schlecht was der hier macht ja komm komm ein Schlag noch so hm 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 wie mach ich das wie mach ich das ich mach hier frei dass ich nämlich da rausfliegen kann so die ganze Scheiße schmeiß ich jetzt hier mal weg da kann ich auch blocken mit ok 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 so einfach mal das ist der hat nicht mehr viel Leben nicht mehr viel leben kommt das packen kommt das packen wir wo ist das da draußen packen wir das packen wir wo ist das wo ist das wo ist er? feig liegen Wo ist er jetzt hin? Hier unten Jetzt Wo ist der? Hä? Ich bin dumm Ich will den killen, alteren Oh, wie Spaß Das ist jetzt runter springen, ach klar Ey, wo ist denn der? Wo werde ich sehen? um ja kommt schon zu den Weg bekommen Niemann schaden und ich hüß mal das kleine Schwert aber ich bin und ich mache es so mäßig viel scharf das ist ein Scheißdreck gleich wieder hochfliegen denn wir haben die Kisten so die Scheiße die Scheiße da oder wie man kurz ließen heilen Skirchen die um uh... magic boomerang was ist da ein magic? was ist ein magic boomerang... äh... so so, dann kommen wir wieder zurück ok, coole spielzeug würde ich mal sagen haben wir das eh geschafft ich guck mal kurz auf die karte, weil jetzt können wir das hier nämlich mal entfernen und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken wie lang ich den schon aufnehme ah ok ok, alles klar so, wir sind hier jetzt könnten wir eigentlich da rüberfahren wenn ich mal sagen mag ich jetzt hier noch kurz ein... ja so ich muss ja drei Holze holen ne, ne 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 so eins so eins sooo ähm mein Gott heute mal wieder zu nur hier um eine Werkbank hinzustellen und dann fahren wir hier in diese Richtung steigern also das ist auch ein Boot oder lass mal kurz gucken wir reisen durch die wir reisen durch die Landschaft lalala lalala was ist denn das da oh nein ok da wird hier niemand schaden Aua Aua Ne, so, dann Aua Ne, 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 ne da komm jawohl aber da wollten wir eigentlich nicht hin wäre bloß ein schmales Boot wir möchten die die Richtung die die irgendwie fehlt mir jetzt hier so die Musik von schau die ich glaube so diese beim Arbeiten beim Arbeiten und was ist da ich also ich hoffe ihr wisst, was ich meine die 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 wie die 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 Untertitelung des ZDF, 2020